Hallo und willkommen zu einem neuen Kriegsraum und zwar möchte ich heute über das sprechen, was Okami im Jagged Alliance Forum gepostet hat, vor 8 Stunden. Ich habe mir noch direkt meine ganzen Punkte in den Rachen gedrückt, ja, zum Dank. Und zwar sind es die goldenen Regeln des Videospielekaufs, ja, also wenn ihr Computerspiele kaufen wollt, welche goldenen Regeln sollte man da vielleicht auf dem Radar haben. Das hat er halt geschrieben, fand ich so gut, dass er geschrieben hat, dass ich das hier aufnehme und im Video mal diskutieren wollte. Da geht es nicht nur um Vorbestellungen, sondern generell um Videospielkauf, aber hauptsächlich auch Vorbestellungen, das ist da ja sehr häufig mit drin. Ja, und die erste Regel ist, nicht vorbestellen. Genau, und zwar sagt er, es gibt keinen Grund, der Firma jetzt einfach blind das Geld in den Rachen zu drücken und zu vertrauen, weil es ja auch keine Verknappung des Angebots mehr gibt am Anfang, weil es ja digital ist. Ich kann da aus dem Nähkästchen plaudern, wo kommen diese Vorbestellungen her für Computerspiele oder auch für Konsolen, kann man auch sagen. Also ich habe tatsächlich damals, wo es noch kein Internet gab, ja, ich bin schon dat alt, wo es kein Internet gab, habe ich tatsächlich hinter einer Ladentheke gearbeitet und Computerspiele und Konsolen verkauft, ja. Also wirklich, wo dem Kunden noch, da stand man sich gegenüber, kannst du mir mal die Box holen, da kann ich die Anleitung gucken, was sind vieles für Spiele, ne. Und dann hat man das über den Trägen gezogen und der hat Geld zurückgeschoben, ja, keine komischen Karten, die man scannt oder so, sondern wirklich diese Scheinchen. Naja, auf jeden Fall, diese Zeiten waren das noch und da hat Vorbestellungen Sinn gemacht, weil ich erinnere mich zum Beispiel noch an zwei besondere Fälle, aber es gab viele Fälle. Da ist das so gewesen, da haben wir mal Formel 1 irgendwas kam raus und wir wussten, wir kriegen irgendwie nur so und so viele Stück, 100 Stück meinetwegen. Aber wir wussten auch, dass mehr als 100 Kunden das nachfragen und die Kunden wussten das ebenfalls aufgrund, weil das, ne, das war einfach die Lage, das kannte jeder damals. Und dann haben die Kunden euch 20 Euro auf, äh, 20 D-Mark damals noch auf die Ladentheke gelegt, haben sie ihren Namen eintragen lassen, da drunter wieder spielen, ne. Und dann hat man die in die Box zurückgelegt, dann bin ich hinten ins Regal gegangen, äh, als die Lieferung dann kam, hab dann diese Liste mit Vorbestellungen, hab diese Boxen dann ins Extra-Regal legen müssen mit Namen, Höllenarbeit. Naja, dann hat das Sinn auf jeden Fall, ähm, da hat es halt Sinn gemacht, weil es eine künstliche Verknappung eben gab, ne. Das gleiche für die Konsolen damals, ich glaube, das war die, der, der N64 hieß der damals so oder sowas. Ich glaube, das war der N64 damals, ich weiß nicht mehr hundertprozentig, ich glaube, der war das. War auch knapp gewesen, dann gibt's Vorbestellungen. Das heißt, es gab diese künstliche Verknappung. Das haben Unternehmen nicht mit Absicht unbedingt, also schon relativ absichtlich, aber, ne, das wurde ja produziert. Also, die mussten CDs brennen lassen, pressen lassen, die Boxen herstellen, die mussten bedruckt werden, ne. Und bei Konsolen müssen die auch produziert werden. Das heißt, das war ja physisch das Produkt. Und, äh, aus betriebswirtschaftlichen Gründen macht das ja dann durchaus Sinn, dass man das erstmal, äh, pöder produziert. Erstmal wisst ihr nicht, ob ihr zu viel am Anfang produziert habt, ne. Wenn ihr zu viel produziert, dann, ne, bleibt ihr halt drauf liegen. Habt ihr auch vorfinanziert das Ganze und dann wird das langsam abverkauft. Das ist alles mit Kosten verbunden. Ähm, ja, also von daher, es gibt sehr viele betriebschaftliche Gründe, das eben so zu machen. Und deswegen waren Vorbestellungen, haben damals Sinn gemacht, damit die Leute wirklich sagen, naja, auf der einen Seite haben die Firmen, wenn sie für die Vorbestellung bekommen, quasi ihre Unsicherheit reduzieren können. Auf der anderen Seite haben die Kunden eben dadurch, ne, ihr Spiel früher bekommen, wenn sie eben die Unsicherheit reduziert haben. Aber es ging Hand in Hand, da gab es ein Geben-Unternehmen. Heutzutage sind die Vorbestellungen, glaube ich, aus dem Ruder gelaufen, weil es ja keine physischen Produkte mehr sind bei den Computerspielen in aller Regel. Ja, ihr könnt ja unendlich oft downloaden, da gibt es ja keine Verknappung des Angebots. Und von daher haben die Firmen sich aber, weil sie da Geld mitmachen können, was Cleveres überlegt und sagen jetzt, wenn ihr das jetzt vorbestellt, dann kriegt ihr halt einen Bonus. Nicht selten ist das halt, also es gibt dann zwei große Boni in aller Regel heutzutage. Der eine Bonus ist nicht selten im Preisnachlass. Sie fragen, ob das ein Bonus ist, weil wenn ihr vorbestellt, könnt ihr sehr häufig den Preisnachlass des Key Shops bei Release nicht nutzen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Da könnte man aber noch argumentieren, wenn ihr diesen Preisnachlass des Key Shops nicht benutzt, ihr könnt, wenn ihr das normal kauft, also dann mit Vorbestellung auch kauft, dann könnt ihr zumindest den Key noch zwei Stunden zurückgeben, wenn das nicht so lange spielt. Ich würde argumentieren, dass das aber eine mentale Falle ist. Warum? Na ja, wenn ihr das vorbestellt habt, ihr seid auf dem Hype Train und alles, dann spielt ihr in aller Regel bei Release das Spiel trotzdem länger als zwei Stunden und dann könnt ihr es nicht mehr zurückgeben. Einfach um so rechtfertigen, warum ihr es früher gekauft habt. Dann wollt ihr es einfach so lange spielen, bis ihr dann intern quasi in eurem Kopf erkennt, man, ich habe das jetzt versucht, aber es ist einfach scheiße. Aber das ist in aller Regel nicht in den ersten zwei Stunden. Das müsste eigentlich viel länger sein, diese Periode, die Steam erlaubt, um Spiele zurückzugeben. Und wenn ihr halt das mit dem Key Shop dann kauft bei Release, dann könnt ihr es eben quasi nicht zurückgeben oder Geld zurückbekommen. So, Vorbestellung, Sekunde, was ist das andere? Genau, der andere Teil der Vorbestellung war, dass ihr eine Belohnung bekommt. Ihr könnt das zwei Tage früher spielen. Da sind wir uns, glaube ich, einig, dass das super fake und cheesy ist. Da wird einfach eure Liebe für das Spiel ausgenutzt, um noch mehr Geld rauszupressen, ohne dass ihr irgendeinen großen Mehrwert bekommt. Ihr könnt das ja allen zwei Tagen vorgeben. Die andere Geschichte sind dann, was sehr häufig aber ist, Skins. Also, dass ihr einfach irgendwie, ihr kriegt mal eine Rasse mehr bekommt oder sowas. Und nicht selten ist das halt in dem Umfang von, nehmen wir mal die Skins, die sind ja das beliebteste, hat ein Spiel, hat meinetwegen 200 Skins, denkt an so einen typischen Total War-Titel, 200 verschiedene Skins und ich kriege dann zwei Skins meinetwegen extra. Und dann entspricht das nicht irgendwie 1% des Kaufwertes, den ihr dann vorbestellt, dafür mehr ausgibt. Für auch eine Premium-Version nicht selten. Sondern eben, wenn ihr eben nicht den Key-Shop-Key euch holt, entspricht das dann irgendwie 20, 30% mehr Kaufpreis, was ihr sonst gespart hättet. Also von daher, diese Vorbestellungen, heutzutage ist das so, dass meiner Meinung nach, wo das früher halt ein Geben und Nehmen von beiden Seiten ein bisschen war, ist das heutzutage eher so, dass die Firmen sehr stark davon profitieren. Und ihr geht halt bei den Vorstellungen generell das Risiko ein, das wird gleich hier nochmal besprochen, dass ihr eben auch ein Spiel dann habt, was ihr gar nicht haben wollt vielleicht am Schluss. Das gehen wir gleich aufs Nächste ein. Also Vorbestellungen auf jeden Fall sind mit Vorsicht zu genießen. Hauptsächlich aber, weil es keine Shortage mehr gibt, sagt er hier vorne. So, aber wir gehen gleich noch auf andere Punkte ein, wenn wir noch mehr zu tun haben. Decipher any Trailer und Gameplay Footage. Learn to recognize scripted events, post-processing effects. Ja, wenn es so aussieht, ob es zu gut ist, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich auch nicht wahr. Ja, genau. Also nimm nicht official key visuals at face value, downwindings come in practice. Der redet jetzt von Ubisoft, ich habe da andere Beispiele. Also zwei Sachen auf jeden Fall, fangen wir nochmal so an. Scripted Events, darunter verstehe ich halt wirklich hauptsächlich so, dass die Entwickler hingehen und eine gewisse Szene zeigen, die so vielleicht nicht unbedingt passieren sollte, wenn ihr es normal spielt. Das kann aber auch sein, also ich denke jetzt bei Shogun war das gewesen, ja, wie gut die KI war. Shogun 2 war das, glaube ich, damals gewesen, ne. Und hat sich herausgestellt, dass das ein skriptetes Event war am Schluss. Aber nicht selten ist es halt auch sowas wie, dass ihr in den, ja, wenn der Twitch-Livestream des Entwicklers ist oder sowas, dann lädt der halt einen Spielstand an einer gewissen Stelle, zeigt euch halt einen gewissen Aspekt des Spiels, in Anführungszeichen. Aber der klappt dann besonders gut, weil der so aufgesetzt wurde, dass er gut klappt. Und wenn er dann später das Spiel spielt, dann realisiert er, oder muss noch eine Menge Sachen zusammenkommen, damit das wirklich so auch passiert, dass das so klappen kann, ne. Das merkt man dann sehr häufig. Auch bei ZIF habe ich das häufiger beobachtet da früher. Also skriptetes Events kann halt, ne, das eine kann das halt sein, dass einfach falsch dargestellt wird, wie das Spiel dann wirklich nachher abläuft. Und nicht selten hat das dann was mit der KI zu tun. Post-Processing-Effects hat das einfach anders gezeigt, gerendert wird und so weiter. Aber manchmal ist das auch, dass, also gerade Trailer und so, heutzutage, also bei den Trailern ist es nicht selten so, dass das halt gerenderte Videos sind, ne. Die machen das dann so, dass man, dass es manchmal so wirkt, als ob das mit Gameplay-Footage wäre. Das ist aber dann nicht selten trotzdem gerendert gewesen und das echte Spiel sieht dann später so nicht aus. In meinem Genre ist das jetzt weniger Problem, was ich spiele, aber bei anderen Genres ist das, glaube ich, sehr hardcore. Und dann gibt es natürlich auch diese Trailer-Geschichte, wo, das geht jetzt ein bisschen weiter, als was er hier rausgeschrieben hat, wo die einfach nur einen Hype-Train machen wollen, ja. Das geht jetzt ein bisschen weiter, als was da steht. Das heißt also, die zeigen gar nicht Gameplay-Footage, sondern die wollen einfach euch begeistern mit thematischen Videos. Ja, also Creative Assembly macht das ja eigentlich andauernd in Totals Wars. Aber jetzt haben wir das Aktuellste, was ich jetzt aber sonst im Kopf habe, also bei Pharao war es jetzt gewesen, aber wir haben jetzt inzwischen auch Gameplay-Footage bekommen. Das sind dann Trailer, wo dann eben echte Schauspieler und Render-Videos gemischt werden. Also jetzt hier bei Campus Heroes 3, denkt an das Video mit dem blauen Tuch. Nicht sicher, ob das wirklich den Zweck erfüllt hat, den es erfüllen sollte. Da gab es dann eher einen Shitstorm, ich mich nicht richtig erinnere. Aber da ist dann einfach, Trailer werden dann gemacht mit Schauspielern und so, die eben euch für das Thema begeistern sollen und damit dann für das Spiel begeistern sollen, obwohl ihr das Spiel noch nicht gesehen habt, ja. Das ist aus meiner Sicht unehrliche Werbung schon ein Stück weit, ja, weil da versucht wird, ihr wolltet, also da wird nicht das echte Produkt gezeigt. Ja, da wollt ihr mit die Begeisterung wollen die da verkaufen. Vielleicht ist das auch ein Teil des Produktes, da scheiden sich vielleicht die Geister auch. Also muss man da vorsichtig sein. Auch gibt es halt ganz oft hier, ne, bei den Screenshots, also bei Shogun stimmen die jetzt tatsächlich, aber ganz nicht selten ist es so, dass ihr hier Screenshots seht, die mit dem Gameplay nicht viel zu tun haben. Wie gesagt, bei Shogun, das sieht wirklich ein Shogun so aus, wenn ihr da reinzoomt, ja. Und man bei so einem Bild immer fragen muss, war das jetzt wirklich gerendert oder war das ingame. Aber das sieht natürlich in ingame auch so aus, wenn man das schön sich hinstellt. Das sind alles ingame, das kann man schon sagen. Da sieht man ja auch so ein bisschen daran, wie gehackt das da unten ist. Das sieht wirklich so aus, aber nicht selten gibt es halt welche, die solche Screenshots machen, wo ihr dann, okay, das war es dann doch nicht so ganz. Und das sind Screenshots, die so aussehen können, aber eben eigentlich ein Gameplay so eigentlich nie passieren, ja, weil ihr da einfach nicht zukommt. Das kann natürlich auch sein. Also Vorsicht genießen. So, das, ne, mit dem Gameplay-Footage und Trailer in Anführungszeichen. Do not project, extrapolate, the previous result of a company and the future work. So, das ist jetzt die Frage, also, ne, wenn jetzt die Firmen, sagen wir mal, die haben Teil 1 rausgemacht vom Spiel, dann vertraut ihr dem Blind mit Teil 2. Bei Jagged Alliance könnte man ja die Frage stellen, ob es jetzt lohnt. Also bei Jagged Alliance wäre ich jetzt besonders vorsichtig. Und zwar bei Jagged Alliance ist es sogar noch nicht mal die Firma, sondern eigentlich nur die des Franchise, weil da gibt es ja die verschiedensten Sachen. Es gibt 1, 2, Back in Action, Flashback, Online, Crossfire, Rage, Wildfire, das ist ja krass, was da gibt, ne. Und wenn ihr da reinklickt in die ganzen Dinger, dann seht ihr halt, dass die immer von unterschiedlichen Leuten gemacht würden. Big Moon Studios, Coreplay, GmbH, THQ. THQ war einmal, zweimal dabei. Das ist die große Ausnahme fast schon. Ja, klicken wir auf Crossfire drauf, ja, das nochmal THQ, das Core-Gameplay oder wie die heißen, ähm, Wildfire, keine Ahnung, wer das gemacht hat, ne. Ideal Games, Topware Interactive. Ähm, also da ist auch nicht mal, dass eine Firma existiert, die das durchgehend macht anscheinend. Da wird einfach rumgereicht zwischen Publisher und Entwickler reihenweise. Das heißt, das ist kein Projekt der Liebe, das, äh, vielleicht ist es eins, ja, wenn man positiv denken will, aber das scheint eher eine Fanschite zu sein, wo die wissen, dass der Name sich verkauft und dann wird es durchgereicht. Und entsprechend sind dann die Bewertungen bei den ganzen Durchreichungen gewesen, ne. Und das Online ist richtig garbage, da unten. Ähm, also, ne, da muss man deswegen sehr besonders vorsichtig sein. Aber auch bei Firmen, wenn es die gleiche Firma bleibt, wollt ihr denen wirklich vertrauen? Also ich denke halt gerade an die Total War-Geschichte. Ähm, also, ich habe das Gefühl, dass Total War extrem ausgeschlachtet wird. Aber die Firma das gar nicht mehr so ohne Umfang verdient hat. Ja, bei Warhammer könnt ihr ja auch eigenes Bild mal ein Ding machen, da bin ich nicht so sehr drin. Aber ich denke, das ist ja der Umfang der Spiele. Also, wenn ich jetzt Empire nehme, ja. Also Empire, ähm, weiß gar nicht, wo es hier drin ist. Also Empire war halt meiner Meinung nach einer der großen Würfe bei Total War. Ja, da habt ihr halt erstmal einen riesen Umfang am Landschlachten gehabt. Das war originell auch mit dem Mosketenschießen, da waren also auch neue Game-Mechaniken drin. Und dann kamen die Seeschlachten dazu mit wunderschönem Schanzmodell bei den Seeschiffen. Und doch relativ guter Tiefe noch und was da alles bei war. Ja, und dann mit Handel auf Wasser und, und, also eine ganz neue Dimension kam dazu. Ja, richtig super. Und danach hätte ich ja gesagt, die Firma bei jedem Mal, was sie macht, wird mehr da reinkommen. Ich vertraue dir blind. Ja, und dann kommen ja die nächsten Sachen. Gerade diese, diese Britannia-Scheiße, diese Saga-Dreck, den die rausgebracht haben, ja. Das haben 10.000 mindestens Reviews, also unendlich viele haben das wohl gekauft. Und die Bewertung ist richtig durchwachsen, ja. Da wurde wohl ein bisschen Vertrauen wieder verspielt. Also dieses blinde Vertrauen, das kann absolut backfeiern, absolut backfeiern. Also Warhammer 3 war am Anfang auch scheiße bewertet gewesen. Ich weiß nicht, ob es inzwischen gelöst wurde, was das Problem war. Ist immer noch größtenteils positiv, nur. Also mit dem blinden Vertrauen wäre ich auch sehr vorsichtig, selbst wenn es die gleiche Firma wird. Und generell bei Franchise wäre ich super, super vorsichtig. Also nicht, wenn die Firma es ist und nur der Name ist von dem Produkt. Also Warhammer 40k. 90% der Warhammer 40k-Spiele gefühlt sind scheiße, ja. Ich habe, glaube ich, aktuell irgendwie 10 oder 15 gespielt. Alles scheiße. Das letzte Gute, was ich gespielt habe, war Dawn of War 1, 2 vielleicht noch und Chaos Gate. Das erste wohlgemerkt. Ja, das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht. Und der Rest aber bei den Göttern. Also bei Franchise muss man noch vorsichtiger sein. So, Take Official Review of a Grain of Salt. Das ist mein Lieblingsteil. Und zwar Journalism, in Anführungszeichen. Also Journalismus der Gaming-Presse. Die wollen Sales pushen, statt zu informen. Oder statt zu warnen oder so weiter. Außerdem muss man sicherstellen, dass das eben die eigene Plattform betrifft. Dass nicht Konsolenspiel und PC-Spiel verglichen wird oder sowas wahrscheinlich. So, ich würde jetzt mit der Gaming-Presse noch ein bisschen ausweiten, das Thema. Ich würde das in zwei große Kategorien packen, weil die verschiedene Motivationen zum Teil haben. Die eine ist Influencer, sowas wie ich zum Beispiel bin, die YouTube-Videos mache. Und die andere Seite ist Spielemagazine. Also eine Firma, die vielleicht wirklich sogar noch drucken und so weiter. Wo die jeden Tag auch ein festangestelltes Geld bekommen und so ein Zeugs. Aber dann eben auch eine andere Beziehung haben durch ihr Format zu den Spielefirmen. So, die Motivation der Influencer. Dies, denke ich, sehr häufig geht die eher auf einer Schiene, wo die... Da geht es dann darum, ihr kriegt ein Spiel vorab, meinetwegen. Dann wisst ihr, dass da ein Hype-Chain verläuft. Dass die Leute, die danach suchen bei Google, die haben dann ihren Traum, wenn wir es extrem formulieren wollen. Das Spiel ist ihr Traum. So, und dann sehen die euer Kommentar zu dem Video, was ihr dazu macht. Und dann weist ihr auf einmal darauf hin. Hör mal, da ist ein Fehler, das ist noch nicht perfekt, da stimmt was nicht. Das heißt, ihr kratzt an deren Traum. Und Leute mögen das nicht, wenn die ihre Träume zerstört. Aus irgendeinem Grund sind die da sehr empfindlich gegen. Das heißt, die Tendenz zu diesen Videos geht dann hin, dass ihr mehr Dislikes bekommt, weniger Abonnenten bekommt, weniger Patreons bekommt, negative Kommentare bekommt, weniger Gaming-Sales bekommt und so weiter. Das heißt also, es gibt eine Tendenz für die Influencer aus natürlichen Wachstumsimpuls heraus, dass sie Sachen positiver bewerten wollen, als sie dann wirklich sind vielleicht in echt. Und vielleicht über Fehler drüber hinwegsehen aus verschiedensten Gründen. Das ist die eine Geschichte. Und bei den Spielemagazinen, da ist es nochmal ein bisschen noch mehr problematischer, weil da tatsächlich ist es so, auf der einen Seite habt ihr dann den Testbericht, den objektiven Testbericht, und auf der anderen Seite habt ihr auf einmal eine ganze Anzeige auf einer kompletten Page, wo die Firma zu demselben Spiel womöglich dann irgendwie 20.000, 30.000 Euro oder irgendwas bezahlt hat. Da wollt ihr nicht unbedingt sagen, wie scheiße das Spiel ist, weil sonst diese Anzeigen bei euch in aller Regel in Zukunft weniger geschaltet werden, wahrscheinlich. Die Firmen werden ja blöd, eine Anzeige zu schalten, wenn auf der Nachbarseite steht, wie scheiße euer Spiel ist. Da werden die Firmen ja schön dämlich. Von daher gibt es da durchaus Verlinkungen, die nicht ganz so sind, wie sie sein sollten. Man spricht ja auch von Journalismus zwar bei diesen Spielemagazinen, vielleicht sogar bei den Influencern auch, aber ich würde da nochmal ein bisschen unterscheiden, das ist ein problematisches Journalismus-Spannungsfeld, was wir da haben. Der normale Journalismus, wenn ich jetzt rausgehe als Journalist hier von der Zeitung, nicht unbedingt Bild, sondern echte Zeitungen, und da bricht eine Brücke zusammen und der Journalist berichte ich über die Brücke, über die Hintergründe, worum es zusammengebrochen ließ und das. Dann mache ich ja in aller Regel in derselben Zeitung nicht, habe ich nicht eine Werbung geschaltet von einem Bauunternehmen, was wieder aufbauen wird danach, die Brücke. Das kommt ja normalerweise so nicht vor. Das wären ja, wenn es sowas gibt, sind das ja eher seltene Fälle. In diesem Spielemarkt hier, da ist das ja gang und gäbe, dass da diese Interaktionen leider gibt, diese Verflechtungen. Und deswegen sind diese Bewertungen eben auch super mit Vorsicht zu genießen. Ja, ich will keinem eine Lüge unterstellen, aber ich wäre sehr, sehr vorsichtig. Ich habe da schon die tollsten Sachen erlebt. Also der letzte von der GameStar zum Beispiel, da kann man hier aus 3, wenn man den Bericht anguckt. Was haben die geschrieben? Das beste Strategie für die Welt oder irgend sowas? 90 Punkte. Das ist ja durchaus von der Community anders aufgenommen worden. So, von daher, ich würde immer sowas mit sehr viel Vorsicht genießen. Ein anderer Punkt noch, Sekunde. So, ein anderer Punkt noch ist natürlich, dass gerade die GameMagazine, genauso aber wie die Influencer auch, das haben die beide, dass natürlich um die Frage geht, exklusiver Content, ja, früher Zugriff und so ein Zeugs. Also das sagt ja keiner explizit. Die Firmen sagen ja nicht, wenn ihr nicht gut bewertet, dann kriegt ihr in Zukunft nicht mehr von uns frühe Keys oder exklusive Interviews oder sowas. Das sagt ja keine Firma. Laden wir euch nicht zu Events ein, ja. Paradox lädt ja auch immer ganz gerne Leute ein. Das sagt ja keine Firma offiziell. Das wäre ja auch schon blöd, wenn ich das offiziell sagen würde. Aber ich glaube, dass doch sehr viele Leute das verstehen, also gerade Influencer und Spielemagazine, dass wenn ich die ganze Zeit sage, wie scheiße irgendwas ist, dass ich, naja, also warum sollte ein Publisher, nehmen wir mal Paradox, ja. Also Paradox hat die Angewohnheit, Keys in zwei Schichten zu schicken, ist immer mein Eindruck gewesen zumindest bisher. Die eine, ein ausgewählter YouTuber, die die Tendenz haben, positiv zu bewerten. Das ist zumindest mein Eindruck, wenn ich diese ersten Videos gucke. Und dann kriege ich in zweiter Runde, bevor das Release wird, kriegen dann alle Influencer diese Keys. Ja, also die haben diese zwei, also das ist zumindest mein Eindruck in den letzten Jahren gewesen, ja. Ihr könnt mich ja gerne korrigieren, wenn ihr denkt, ich habe da einen anderen Eindruck. So, und es ist schon klar, dass die Leute, die jetzt von Anfang an sagen, ist alles scheiße, dass die die erste Riege, dass die Firma weniger motiviert ist, die in die erste Riege der Keys zu geben. Als in den zweiten das zu geben, wenn die überhaupt Keys bekommen. Ja, das ist, also ich rede nicht vom Paradox. Die machen das in aller Regel schon ganz gut, dass sie die zweite Riege allen schon geben. Aber das sind die ersten, das ist schon, wenn es sie wirklich gibt, aber das ist mein Eindruck im Moment, da gibt es ja Leute, die exklusiv das bekommen, aus irgendwelchen Gründen. So, also von da muss man das wirklich mit Vorsicht genießen, weil auch für Spielemagazine zum Beispiel, die werden da nicht auf jedes Event mehr eingeladen vielleicht, oder exklusives Footage, ja. Die nur wir haben, nur jetzt unser Spielemagazin hat dieses Footage jetzt bekommen. Das ist exklusiv, oder exklusives Interview, ne. Die kriegt man dann auch eben weniger oder gar nicht, wenn man eben immer sagt, wie scheiße das alles ist. Also stellt euch mal vor, da würde jetzt irgendein Spielemagazin hingehen und jedes Total War, jedes neue Paradox-Spiel von Anfang an auf Herz und Nieren wirklich objektiv überprüfen. Was meint ihr, wie häufig die noch vorab dann die Sachen bekommen und dann wie viele Einbußen die finanziell deswegen hatten, weil sie nicht mehr vorab die Sachen bekommen. Das ist schon, glaube ich, ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Geschichte. Und da muss man wirklich vorsichtig mit sein. Vielleicht aus meiner persönlichen Erfahrung dann auch nochmal gesagt, weil viele Magazine, aber auch vor allem die Influencer, vor allem die Influencer, die verteidigen nicht selten im Nachhinein ihre, ihre etwas doch zu positiven Bewertungen, in verschiedenen Sachen. Also einmal habe ich eine positive Bewertung, da ging es um Imperator Rom. Da hat ein Influencer gesagt gehabt, die Community hat einfach nicht verstanden, wie das Kampfsystem funktioniert und jetzt nicht nur die schlecht beurteilen. Das fand ich sehr grenzwertig, ehrlich gesagt. Aber die meisten Bewertungen gehen eher in die Kerbe, wo die Influencer sagen, ja, das ist ja jetzt Early Access, das ist vorab, das ist sogar noch, bevor die Öffentlichkeit das hat, ja, das ist eine ganz unfertige Version, die ich da bekommen habe und da soll man da nicht so kritisch sein, gucken wir da mal nicht nach. Das wird sicher bei Release gepatcht und so weiter. Und bis zu einem gewissen Grad kann man das ja auch, klingt das ja auch vernünftig. So, aber jetzt mal meine Erfahrung aus ungefähr zehn Jahren, wo ich das schon mache mit diesen Vorab-Versionen. Meine Erfahrung ist, dass der Großteil der Sachen entweder bei Release, also bei der Vorab-Version genauso ist wie bei Release oder eben extrem später erst korrigiert wird. Ich nehme euch mal einfach mal ein Beispiel, war bei Harz of Iron 4 das mit den U-Booten gewesen, ja. Ich habe schon ganz am Anfang gesagt, dass man mit den U-Booten nicht den U-Boot-Krieg im Atlantik führen kann. Man konnte keine Nachschub-Konvois versenken, man konnte nur Ressourcen-Konvois versenken. Habe ich ganz am Anfang gesagt, dass das gibt. So, ein Jahr später, nachdem ich von der gesamten Community im Forum geflamed wurde, dafür, dass ich das gesagt habe, wurde es dann vom Paradox gepatcht und gesagt, ah ja, da hat was nicht gestimmt, jetzt könnt ihr die versenken. Ein Jahr später kam das. So, also das ist nur ein Extremfall gewesen, das hat sich aber eingebrannt immer in Gehirn, aber das gibt es halt häufiger und da gibt es ganz viele dieser Fälle, ja, dass da KIs nicht funktionieren oder geskriptete Sachen oder so, ne. Und, also, meine Erfahrung ist, wenn das bei Release scheiße war, bei Vorab-Versionen scheiße war, ist das bei Release in aller Regel auch noch scheiße oder wird es sehr, sehr spät erst gepatcht? Es gibt auch Ausnahmen von der Regel natürlich. Also denkt an Domina, da war das so gewesen, da gab es ganz am Anfang keine Save-Funktion, keine Pause-Funktion, das hat er dann sofort nachgeliefert. Also da gibt es auch Ausnahmen, wo das wirklich korrigiert wird, wenn es grobe Fehler gibt. Aber das sind da auch die Ausnahmen. In der Regel sind die Vorab-Versionen so wie die Original-Versionen, aber für die Influencer ist es eine willkommene Ausrede, habe ich manchmal den Eindruck, zu sagen, weil die den Hype-Train und die die positiven Sachen halt haben wollen, ja, die negativen Sachen nimmt die man nicht so ernst, ist ja Vorab-Version. Das wird alles gepatcht. Aber das ist oft nicht so. Und von daher, das ist von der Ausrede. Man kann das benutzen und hat dann eine ehrliche Ausrede und die Zuschauer akzeptieren das dann auch einen Großteil. Von daher, kriegt ja jeder auch was zu verdienen, ein Stück weit, muss man tatsächlich sagen. Aber meine Erfahrung ist, dass diese Vorab-Version, dass die Leute das viel zu positiv bewerten und die negativen Sachen nach dem Motto, das wird ja jetzt gepatcht und bei Release ist das nicht so. Nee, 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 nee. So läuft das seltener, eher der Fall. Denk wie dann, da kam bei der Videos 3. Also die Sachen, die ich bei der Vorab-Version kritisiert habe, die waren bei der Release-Version und jetzt mehrere Monate nachher immer noch problematisch. Immer noch. Also von daher, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So, dann gibt es noch die Review-Geschichte hier unten mit dem, was mal eine Woche auf die offiziellen Reviews warten, äh, unoffiziellen Reviews warten soll. Da kann man nochmal sagen, es gibt tatsächlich einen Haufen Reviews. Ich gucke mal, ob ich gerade eine finde. Sekunde. Genau. Also ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Falle war. Ich habe das jetzt nicht im Kopf, wann das released wurde, äh, dieses Bild hier. Aber es gibt nicht selten, äh, Reviews, die, ähm, so ein, zwei Tage vor Release, eine Woche vor Release, vielleicht am Release-Tag in diesem Umfang aussehen, ja. Da wird dann ein Screenshot gemacht und dann steht da, ist alles super, ja. Ähm, gerade das hier war bei Release halt nicht so von der Community bewertet worden, wie es hier steht. Wollen wir drei. Auf gar keinen Fall. Ja, alle haben die Kampagne gehasst. Ähm, aber das gibt es da sehr häufig. So, also diese Reviews würde ich sagen, zu 100% ignorieren, ja. Das wäre so meine Empfehlung. Äh, die sind eigentlich, ich will nicht sagen, dass die Fake sind, aber diese haben die Problematik, die ich eben angesprochen habe, enthalten. So, von daher, äh, wenn ihr Reviews benutzen wollt, meiner Meinung nach, die besten Methoden sind diese Reviews bei Steam hier vorne. Was auch der Hauptgrund ist, weil, okay, äh, der Hauptgrund dafür ist, warum ich, äh, Epic Store nicht mag, ne, weil die eben diese Reviews nicht zulassen. So, und diese Reviews hier vorne sind halt sehr gut, weil ihr eben hier einen guten Eindruck davon bekommt. Also, die Leute sagen, wie lange haben die es gespielt? Und dann könnt ihr am Text halt gucken und noch einen Likes da drunter, nicht selten, äh, ob die Leute das eben, ähm, wie die das beurteilen, die Reviews und alles und wie die Review, wie sachlich die ist und so weiter. Na, da könnt ihr viel rausholen. Da kriegt ihr mehr raus. Aber auch hier müsst ihr vorsichtig sein, nicht selten ist das so, Produkt kostenlos erhalten, ja. Ich muss das bei meinen auch mal machen, weil ich ja die viele kostenlos erhalte. Ähm, meine Beobachtung ist, dass sehr viel mehr Bewertungen, die kostenlos erhalten, sind positiv ausfallen, als negativ ausfallen. Von daher, genießt das mit super Vorsicht, wenn solche Reviews hier sind. Die sind früh da drin, die sind positiv, die haben viele Likes und so, woher immer die dann kommen. Und, ähm, kostenlos erhalten. Sehr vorsichtig würde ich damit sein. Besser ist es, auf einen Tag zu warten oder einen halben und dann auf die nicht kostenlos erhaltenen, negativen Reviews zu gucken. Die könnt ihr hier filtern. Und da kriegt ihr sehr häufig einen relativ guten Eindruck, ja. Also wenn das zum Beispiel hier 17 Reviews sind, die, also 17 Likes sind, die hilfreich meinen, mit Preisen sollte denen Punkte geben und so weiter. Und ihr das auch gespielt hat, das Spiel, dann sind das oft Sachen, wo ich sagen würde, da kann man wahrscheinlich, der ist ein bisschen ehrlicher als der ganze Rest. Da gucke ich drauf. So würde ich das mit den Reviews machen. Weil da gibt es auch hier diese Korretoren, es gibt die Influencer, die sich hier tummeln, die dann ihre Links zu ihren Videos drin haben, zu ihrer Korretora-Page haben und was nicht alles. Oder Leute, die einfach nur eine Review machen, weil die positiv, weil diese Dinger haben wollen, diese Belohnungen, weil die Punkte geil sind. Also auch da gibt es halt Wird Schindluder getrieben unter Umständen. Da wäre ich auch vorsichtig. So, also lange Rede, kurzer Sinn, die goldenen Regeln mit dem, wie man Videospiele kauft. Im Grunde genommen, also Vorbestellungen, no, 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 nie, nie, nie. Und auf jeden Fall nicht. Einfach nie machen, nie machen. Und dann eben wirklich auf die Reviews, auf die ehrlichen Reviews warten. Und diese Sachen, die hier oben, auch gerade mit dem, das Deciphern, ist glaube ich sehr wichtig heutzutage. Ja. Generell könnt ihr auch machen, wenn ihr halt eure Lieblings-Hutubers habt, wo ihr reinguckt, irgendwann wisst ihr ja, wie die bewerten die Leute. Dann wisst ihr halt einfach, wie ehrlich oder unehrlich die sind. Also ich gucke mir zum Beispiel, ich habe früher zum Beispiel, also ehrlich, unehrlich, könnt ihr aber selber interpretieren, die tun sich ja vielleicht auch selbst für Lügen und sind nicht wirklich unehrlich, sondern einfach nur mitgefangen in dieser Falle. Also ich weiß zum Beispiel, ich habe früher regelmäßig Spielemagazine gelesen, ich habe mir die wirklich gekauft, physisch, die Hefte, sei es jetzt PC-Joker, Amiga-Joker, GameStar und was nicht alles. Und heutzutage lese ich noch nicht mal mehr umsonst die Testberichte von GameStar. Ich bin, glaube ich, wie nennt man das? Ich habe meine Lektion gelernt und von daher, also ich mache auf jeden Fall, ich meine Empfehlung wäre, Reviews machen, das kann ich nur am meisten empfehlen oder halt den YouTuber, wenn ihr wisst, wie die halt bewerten, dass ihr die einschätzen könnt, dann könnt ihr auch deren Videos von denen gucken. Was ich auf jeden Fall niemals benutze und niemals schaue, sind die Livestreams der Entwickler. Die könnt ihr wirklich alle in die Tonne kloppen, meiner Meinung nach. Zumindest wenn es um den Punkt der Ehrlichkeit geht. Wenn ihr nur Gameplay-Fotos sehen wollt, dann mache ich die manchmal an und mache den Ton aus. Das geht dann manchmal auch noch. So, das wäre auf jeden Fall der Kriegsraum zu goldenen Regeln Videospiele kauft, die der Okami gepostet hat und die stimmen denen zu 100% zu. Könnt ihr mal eure Erfahrungen beischreiben. Ihr könnt auch beischreiben, natürlich, das lese ich halt, das war bei der Pre-Order und demselben Forum hier zu Jagged Alliance 3, wo die Leute beischreiben, sie hast doch mein Geld, lass mich doch machen, was ich möchte. Ich sage das auch mal ganz ehrlich, ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute das machen mit dem Pre-Ordern, wenn die das super Bonus-Pro-Ding kaufen. Habe ich kein Problem mit, wenn die das machen. Je mehr Geld die anderen Kunden für dasselbe Spiel bezahlen, desto eher kriege ich Entwicklungszeit für weniger Geld für mein Spiel. Also von daher, be my guest. Ich habe da gar kein Problem mit, wenn Leute das machen wollen, vorbestellen. Ja, manche Leute haben ja auch ein bisschen mehr Geld, die können sich das auch leisten und wollen dann einfach dieses Glücksgefühl von dem Hype-Train mitnehmen. Das ist ja alles in Ordnung, da habe ich gar kein Problem mit. Aber wenn ihr wirklich ein bisschen auf euer Geld achten wollt und ihr wollt euch nicht über den Tisch ziehen lassen von den Firmen, teilweise, dann sollte man vielleicht diese Regeln oder ähnliche sich vielleicht überlegen, ob man da ein Auge drauf werfen will. So, und damit verabschiede ich mich für heute. Ciao, ciao. Vielen Dank.